Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe euch geht es gut. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Lindenmitte heute am Start. Neuer Städtevlog. Freunde freut euch sehr und ja ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video Freunde. Solltevlog. Untertitelung des ZDF, 2020 So Freunde, das war es mit dem Video aus Linden Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, gebt dem Video gerne ein Like Schreibt in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt Und ansonsten Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder Macht's gut